Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy und in diesem Video zeige ich dir, wie wir eine Contao 3.5 Installation umziehen. Zunächst einmal loggen wir uns ins Backend der aktuellen Installation ein, das ist jetzt egal ob das lokal ist oder auf einem anderen Server und führen die Systemwartung durch. Dazu gehen wir links in den Bereich Systemwartung und am besten einfach mal alles bereinigen, so dass die Datenbank klein wird und auch die ganzen Caching Files geleert werden. Dazu klicke ich einmal auf Daten bereinigen und ich hätte zumindest jetzt mal die Cache-Dateien geleert. Im nächsten Schritt verbinde ich mich mit dem phpMyAdmin Tool. Das findest du bei deinem Hoster in den Zugangsdaten und das sieht dann in der Regel so aus. Wenn du auf deinem phpMyAdmin bist, dann musst du zunächst einmal die komplette Datenbank exportieren. Dazu musst du natürlich die richtige Datenbank zunächst auswählen, wenn es mehrere gibt und dann hier auf exportieren klicken. Je nachdem welche Version du von phpMyAdmin hast, kann auch die Oberfläche etwas anders aussehen, aber in der Regel funktionieren die alle gleich. Und zwar musst du jetzt hier bei der Exportmethode eine Variante wählen. In der Regel funktioniert schnell am besten. Also alle neuen phpMyAdmin kannst du eigentlich mit schnell arbeiten. Erst wenn du besondere Einstellungen machen willst, kannst du hier mit angepasst arbeiten. Bei angepasst ist darauf zu achten, dass du hier unten eben immer alle Tabellen wählst und wenn du ganz unten bist, dann gibt es hier eine Option binäre Spalten in hexadezimaler Schreibweise exportieren. Das sollte auf jeden Fall auch immer aktiv sein. Ansonsten wie gesagt, ich würde immer die schnell Variante nehmen und erst wenn es Probleme gibt, dann eine angepasste Variante. Ich klicke also hier auf ok. Wenn ich den Download dann abgeschlossen habe, dann lade ich mir die kompletten Dateien herunter. Dazu verwende ich jetzt das FTP-Programm FileZilla. Du kannst natürlich auch jedes andere FTP-Programm nutzen und ich muss jetzt den kompletten Ordner, also meine komplette Installation herunterladen. Wichtig, ich muss auch die versteckten Dateien, wie zum Beispiel diese .htaccess herunterladen. In meinem Fall nehme ich einfach den kompletten Ordner und lade ihn auf meine lokale Festplatte. Da dieser Vorgang jetzt etwas länger dauert, überspringe ich diesen einfach. Als nächstes verbinde ich mich dann auf meinen neuen Server, im Grunde auf meinen Web-Server des neuen Hosts oder wenn ich von lokal auf einen Server wechsle, natürlich auf meinen Web-Server und übertrage wieder das komplette Verzeichnis auf meinen Web-Server. Je nachdem, wie das bereits in der Domain konfiguriert ist, kann das sein, dass es ein bestimmter Unterordner ist oder du kannst es in den Haupt-Ordner legen. Ich werde jetzt einen Unter-Ordner generieren und kopiere einfach wieder meinen kompletten Ordner auf den Server. Auch das dauert wieder etwas, deswegen werde ich diesen Schritt wieder überspringen. Nachdem mein Upload nun erfolgreich abgeschlossen ist, wechsle ich wieder auf den phpMyAdmin und zwar natürlich jetzt auf die Datenbank des neuen Servers. Das heißt, hier sollte dann eine neue Datenbank sein, die komplett leer ist und hier importiere ich jetzt meine Daten. Dazu gehe ich auf Importieren und wähle dann meine Datei aus, die ich vorher eben heruntergeladen habe. Ich klicke die Datei an und sage Öffnen und anschließend führe ich einfach den Import aus. Wenn der Import nun erfolgreich abgeschlossen ist, kann ich nochmal die Datenbank öffnen und ich sehe, dass jetzt die ganzen Tabellen und die ganzen Inhalte angelegt wurden. Im nächsten Schritt muss ich jetzt noch die Verbindung zwischen der Datenbank und von Contao herstellen, denn im Moment geht das noch nicht, da ja noch die alten Datenbankinformationen hinterlegt sind. Um die Datenbankverbindung jetzt anzupassen, muss ich mich zunächst in Install Tool einwählen. Dazu gehe ich auf die Domain eben, schräger Contao, schräger install.php und es öffnet sich das Install Tool. Hier habe ich natürlich das gleiche Passwort wie auf dem anderen Server. Ich logge mich ein und in der Regel bekomme ich jetzt noch eine Fehlermeldung, dass eben meine Zugangsdaten hier nicht mehr passen und ich kann dann hier unter der Datenbankverbindung die neuen Daten einstellen. Das mache ich jetzt mal schnell. Je nachdem, was dir dein Hoster hier angibt, muss natürlich hier die korrekten Daten auswählen und du solltest eigentlich immer darauf achten, dass der MySQL E-Treiber ausgewählt ist. Anschließend auf Einstellungen speichern und alles ist wieder in Ordnung. Das heißt, ab sofort kann ich wieder in das Contao Backend gehen und mein Login funktioniert wieder wie vorher. Und jetzt hätten wir ganz einfach die Contao Installation umgezogen. Ein kleiner Hinweis zum Schluss. Der Umzug funktioniert so unter Contao 3. Unter Contao 4 funktioniert das Ganze etwas anders, aber wie das funktioniert, erkläre ich dir in einem eigenen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mehr über Contao 4 erfahren möchtest, dann besuche doch meine Webseite unter contao-academy.de-contao4 und trage deine E-Mail-Adresse ein und ich werde dich regelmäßig über Contao 4 und neue Videos informieren.